Hallöchen! Halli hallo! Es geht weiter, Leute! Gestern die geile Mission, die Feuerprobe. Die Urkönigin der Kling ist geboren und ganz Zerros erzittert vor ihrer Macht. Jetzt, da sie von der Essenz der Urzerg durchdrungen ist, ist Kerrigan bereit, Zerros für den Schwarm zu erobern. Und dann geht's Mengst an den Kragen, das dumme Schwein. Ich glaube, wie gesagt, immer noch nicht, dass... ... dass, 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 dass... ... Rayna, das kann doch nicht tot sein. Jim, du uns das nicht an. Das kann doch nicht wahr sein. So, ja, hier, das ist ja dieser eine Typ, ja, Quatsch, wer hat es mit allen? Glaubst du, dass ich mir die verbleibenden Rudelanführer jetzt anschließen werde? Sie sind ein Fels, ein Baum, ein Berg. Sie trotzen den Wind. Sie sterben nach Macht. Und du? Ich bin ein Fluss. Ich werde fließen. Ich bewehre Essenz. Nun, die Rudelanführer haben jetzt keine Chance mehr gegen den Schwarm. Sie sammeln schon seit Jahrtausenden Essenz. Sie sind blind, aber sie sind nicht dumm. Das Quatsch auch noch mit diesem Uhr. Du bist wiedergeboren. Schick ein. Dein Anführer mit endloser Macht. Ich fühle mich unbesiegbar. Wie Amon, der dich einst kontrollierte. Das tat er nie. Ich spürte einen Einfluss. Etwas Dunkels. Lang vergangen. Amon muss vor meiner Verseuchung gestorben sein. Ich hoffe es. Denn er war wahrlich ein mächtiger Gegner. Ja, schicken Hintern hat sie jetzt. Sieht zwar jetzt ein bisschen knöchernlaus. Poppen würde ich sie nicht mehr, aber der Hintern ist gut. War aber auch vorher schon. So, was hat ich da noch? Du strahlst eine unfassbare Kraft aus. Mehr noch als die alte Königin der Klingel. Alles ist anders. Ich konnte den Schwarm schon immer hören und ihn kontrollieren. Aber jetzt, jetzt fühle ich den Schwarm. Ich bin der Schwarm. So, hat unser Upgrade-Guru hier. Der hat auch noch was. Ja, ja, komm her. Genetische Stränge verschieden. Von Grund auf neu strukturiert. Stärker als Königin der Klingen. Sequenzen komplex, aber sauber. Im Kerngrund verschieden. Ja, ich bin anders. Ich bin meine eigene Herrin. Als das Xel-Naga-Artefakt mich wieder menschlich machte, hat es mich auch von Armons Einfluss befreit. Und so konnte ich zu etwas Größerem werden. Muss Probe nehmen. Neue Sequenzen erforschen. Versuch es gar nicht erst, Abatur. Was ich jetzt bin, übersteigt dein Verständnis. Schwer zuzugehen. Kann neue Struktur nicht verstehen. Wende mich wieder Arbeit zu. Ja, ist wohl auch besser so, Kollege. So, hier ist alles so supi. Gut, dann gehen wir wieder los. Ja, und machen wieder eine Mission. Es ist Zeit. Tritt den verbleibenden Rodelführern entgegen. Nimm, was das ihre ist. Genau. Erfülle das Schicksal aller Zerg. Vier extra Machtpunkte. Warte mal, wer kann noch hier... Ich spüre eine Macht, die ich nie zuvor gekannt habe. So, fünf Machtpunkte für Kerrigan, zusätzliche Belohnung, Evolutionsmission für Hydra. Oh, da kann er sich auch weiterentwickeln. Und vier Machtpunkte für Kerrigan extra. Ja, übrigens hat mir noch einer was in die Comments geschrieben unter der Zergling-Entscheidung. Der findet das falsch, was ich gemacht habe. Ich hätte hier diesen... Raptor-Zerg nehmen sollen. Äh, nicht den Raptor, sondern den, äh, diesen anderen. Der, äh, in drei... äh, drei Stück pro Ei spawnt, schneller spawnt und, äh, ja. Der meinte, das wäre halt viel besser, wenn du dann halt zum superschnellen Reinforcen, zum superschnellen Basisverteidigen, zum, äh, ne, Gegner überrennen, weil du halt ein Link mehr kriegst und die spawnen halt so schnell. Stimmt schon. Aber ich hab jetzt wieder den Hüpfer, ein. Ja, der ist auch gut. Weißt du Bescheid? So. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was hier so... Passiert! So. Verliebige Taste drücken. Reißen wir alle ab! Alle keine Chance, wenn ich komme. Slyvon, die ewige Mutter, gefühllos und zerstörerisch. Töte sie und du wirst über alle zerkerrschen. Kein Problem. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Isha, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Ja? Ja. Sie kann sich immer noch einbullen. Pupp! Ich find das so gut! Pupp! Macht euren Frieden! Was kannst du denn? Energie-Explosion. Meine Königin. Neue Form. Mächtig. Kann sehr hoch springen. Feinde niederschlagen. Schwerer Schaden. Gewagt! Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Sie kann jetzt was? Ist das jetzt hier? Energie-Explosion. Kreis der Scheiße. Und hier Sprungangriff. Wir passen uns an. Muss ich da jetzt rüberhüpfen? Macht euren Frieden! Neue offensive Fähigkeit. Psi-Verschiebung. Vorwärtspreschen. Kreaturen im Weg vernichten. Der Schwarm erobert alles. Ah, den Eck geht doch schnell hoch. Dieser Planet gehört mir. Gewagt. Wir passen. Dieses Relikt, ursprünglich von Xel-Naga, beherbergt genetische Informationen. Wichtig. Muss einsammeln. Jawohl! Wir erobern unsere Verbindungen. Ur-Schaben helfen. Sie bekämpfen. Ich habe das. Wut? Der Schwarm erobert alles. Ach, die hört nicht so viel. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Mengs. Gut, Herr Grotsch. Was ist es diesem? Ja? Gewagt. Sprich. Ich bin der Schwarm. Es ist Zeit. Ich werde Vergeltung üben. Ja. Was du heute kannst besorgen? Das verschiebe nicht. Nein! Deine Angst. Mengsk wird leiden. Ja? Schön halt. Wir kennen keine Grenzen. Wir passen uns an. Der Schwarm erobert alles. Der Wagt. Ja, ich habe zwei Mal ein Super-Rotches verloren. Es ist Zeit. Das ist natürlich jetzt fuck. Hm. Nein! Nein! Jetzt habe ich die falsche Mission geladen. Pisse! Ich wollte die Mission neu starten. Und nicht mein Bum-Bum. Safe-Point-Laden. Es ist Zeit. Ja, 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 ja. Latten, latten, latten. So. Ja, 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 ja. Mengsk wird leiden. Gewagt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dieses Relikt ursprünglich von Xel-Naga. Beherbergt genetische Konzentration. Halt doch aus dein Maul! Wichtig. Muss einsammeln. Wichtig. Was ist es diesmal? Urschaben helfen. Sie bekämpfen. Jagdras Brut. Was du heute kannst besorgen? Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Ich bin der Schwarm. Der Mensch wird leiden. Ja? Die Eroberung geht weiter. Gewagt. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns ab. Der Schwarm erobert alles. Wir kennen Kraft. Schon wieder. Bis. Sprich. Deine Königin, ich werde Vergeltung üben. Was du heute kannst besorgen? Scheiße. Ich will das zwei Mal, ich ist tot. Und Frieden. Die Eroberung geht weiter. Scheißegal. Geht auch mit zwei Rotsches. Mengsk wird leiden. Ja? Gewagt. Wir passen uns ab. Ah, da oben ist wieder so ein Ding. Der Schwarm erobert alles. Der Schwarm erobert alles. Was ist es diesmal? Was ist es diesmal? Was du heute kannst besorgen? Ich werde Vergeltung üben. Macht euren Frieden. Wir kennen kein Recht genügend Energie. Geht auch mit zwei Rotsches. Ich bin der Schwarm erobert alles. Scheiß Rotsche, das brauche ich nicht. Ich kann mich selber halten. Ich bin super hinbehalten. Ich bin super Kerrigan hier. Ich bin der Schwarm. Was du heute kannst besorgen? Die Eroberung geht weiter. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Gewagt. Kein Problem hier. Macht euren Frieden. Dieser Planet gehört mir. Wir kennen keine Grenzen. Ich schaff das schon. Super, Wutty. Mehr Halsschaben schließen sich den Kampf an. Ja. Eroberung geht weiter. Ich muss was sagen. Ich bin der Schwarm. So, was ist jetzt los hier? Ach, da kommt Super Johnny mit der Säure. Hier, komm her. Erkommt die Schnauze. Kann ich über den des verfälschten Rudels? Nein! Ist das Angst, Jagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, Toter? Hä? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen. Stirb, Schwelgling. Werde Vergeltung bieten. Wir passen auf. Jagdra legt Eier. Zerstört sie. Schön die Eier zerstört. Es ist Zeit. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Deine Knochen lauscht. Rädda! Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben. Wir passen uns an. Stillhalten! Sprich! Hier hat den Zorn des Schwarm, ja? Wir erzählen, es ist Zeit. Nachvolle Musik. Oh! Deine Königin lauscht. Ich bin der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Hier hat den Zorn des Schwarm. Ich habe einen Trick, ich habe einen neuen Trick, habe ich mit ausgelegt. Dacht. Der Trick heißt... Halt, nicht wieder. Nein. Der Trick heißt, Mission neu starten! Passt mal auf, was ich jetzt mache, Alter. Jetzt wird es richtig abgewichst. So, jetzt pass mal auf. Deine Königin lauscht. Pass mal auf, hier, du! Gewagt. Sprich... Zu quatschen jetzt hier. Meine Königin. Neue Form. Mächtig. Kann sehr hoch springen. Fein. Der Tod erwartet dich. Neue offensive Fähigkeit. Psi-Verschiebung. Vorwärts preschen. Macht eure Frieden. Dieses Relikt... Jetzt hör auf, sie quatschen! ...mich von Xel-Naga. Beherbergt kinetische Informationen. Wichtig. Muss einsammeln. Ja, ja, nur Hüpfchen. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Mengsk verbleiben. Wir... Was ist alles mit Kerrigan alleine tot hier? Die Roach ist hier gar nicht erst in den Versuchungen. Ich bin der Schwarm. Hier irgendwie... Dieser Planet gehört mir. Ihr habt mich dazu gezwungen. Keine Gnade. Macht euren Frieden. Was du heute kannst besorgen? Nicht genügend Energie. Der Schwarm erobert alles. Gewagt. Wir passen uns ab. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Was ist es diesmal? Es ist Zeit. Was du heute kannst... Gewagt. Mengsk wird leiden. Der Schwarm erobert alle. Der Schwarm erobert alle. Dieser Planet gehört mir. Deine Königin lauscht. Wir passen uns ab. Toll, jetzt krieg ich nur zwei oder was? Was für ein Betrug. Die Eroberung geht weiter. Ich glaube, das kriegst du nochmal fünf hier. Warte. Nö, kriegst du nur zwei. Was ist es diesmal? Maul halten. Aufs Maul gibst du, Schwein. Es ist Zeit. Stirb, Schwächtling. Kannst du... Was ist es diesmal? Renne! Ja? Ich bin der Schwarm. Ich spüre deine Angst. Stirb, Schwächtling. Voll scheiße! Ich werde Vergeltung üben. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keinen... Ach man ey, fuck ey. Voll anstrengend hier. Fucking Pils. Du kannst besorgen. Wir passen nicht. Bedeutungslos. Arschfick hier. Ach. Das wird das schwer schon ganz schön schwer. Für mich wieder natürlich, wo ich ja Noob bin. Mängsk wird leiden. Macht euren Frieden. Es ist Zeit. Stirb, Schwächtling. Die Eier sind nicht mehr schnell genug kaputt hier. Ich habe jetzt versucht, die Rotsches da alleine zu lassen und so. Aber das schaffen die auch nicht alleine. ich musste ja mit den rutsch ist so rein ach komm ihr arschlecken was ist es diesmal deine königin lauf sterb schreckling ich werde ver- ja da liegt eier zerstört sie die eroberung geht weiter es ist ein ja wir passen uns ab ich werde vergessen ihn tötet sie alle was ist es diesmal seine königin lauf er er schreien gewagt spring kann ich versorgen die eroberung geht weiter macht eure frieden stillhalten Weg, du Arschloch! Na, die ist gut aus. Ah, jetzt habe ich eine eigene Raunch erschossen. Nein, dass sich alle durchs Feuer rennen. Ja, du dumme Sau. Abgefickt habe ich nicht. Das war gut diesmal. Schön immer heilen die ganze Zeit. Die Eier wegräumen da mit dem... Ja, saug dich voll, du geiles Schwein mit deinem geilen Arsch. Gibt es mehr Hitpoints irgendwie? Ja, ich glaube, ich habe mehr Hitpoints gekriegt, oder? Ich werde Vergeltung üben. Mehr von meinem Morde, Urhydralisken. Schnell, vernichtet die Eier, bevor sie schlüpfen. Kümmert euch zuerst um die Großen. Wir verzehren alles. Was ist es diesmal? Der Schwarm erobert alles. Dieser Planet gehört mir. Macht eure Schuhe. Der Tod erwartet dich. Seine Königin lau. Ich werde Vergeltung üben. Was du heute kannst besorgen. Es ist... Deine Königin lau. Gewagt. Macht euren Frieden. So, hier ist nichts mehr. Ich musste da lang, okay. Ich bin der Schwarm. Hier sind viele Hydras verloren. Alle. Der Schwarm erobert alles. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns an. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung geht weiter. Wir passen uns an. Ich werde Vergeltung üben. Was du hast. Ja? Gewagt. Oh, da ist sie. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet geht. Nicht genügend energie. Nämlich. Was ist es diesmal? Deine Königin lauscht. Ja, 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 ja. Die Eroberung geht weiter. Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Wir passen uns an. Ich werde Vergeltung üben. Was du heute kannst besorgen. Bewagt. Ja? Ich bin der Schwarm. Ach, der wurde gebohrt, Junge. Verdammter Wichser, Alter. Voll die gebohrtten. Die Borro Rouge ist erschlagen. Das ist doch völlig unfair. Die Eroberung geht weiter. Macht euren Frieden. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert alles. Was du heute kannst besorgen. Der wagt. Wir kennen keine Grenzen. Das wird jetzt nichts mehr. Ich bin der Schwarm. Wir kennen keine Grenzen. Ich werde Vergeltung üben. Sie sagt dann... Mehr von meinem Mordel. Ur Hydralesken. Schnell. Vernichtet die Eier, bevor sie schlüpfen. Kümmert euch zuerst um die Großen. Weiter. Der Schwarm erobert alles. Macht euren Frieden. Ich werde Vergeltung... Ja? Ich werde Vergeltung... was du heute kannst besorgen. So. Ach, jetzt sag ich mal. Das Cape ist ja hier. Wir passen uns an. Dieser Planet gehört mir. Ja. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Längst wird leiden. Die Eroberung geht weiter. Der Schwarm erobert... Ja? Fratsch ist voran. Es ist Zeit. Was du heute kannst besorgen? Wir passen uns ab. Ich werde Vergeltung üben. Dieser Planet gehört mir. Mingsk wird leiden. Macht eure Frieden. Was ist denn das jetzt? Achso, jetzt kann ich hier so ein Ziel anvisieren. Ich bin der Schwarm. Achso. Die Eroberung geht weiter. Was ist es, die... Deine Königin lauscht. Gewagt. Wir kennen keine Grenzen. Gewagt. Der Schwarm, es ist Zeit. Ja? Wir passen uns. Macht eure Frieden. Ich werde Vergeltung üben. Sprich. Ich habe ein Hydra verloren. Wir kennen keine Grenzen. Ich bin der Schwarm. Deine Königin lauscht. Was du heute kannst besorgen? Quicksave. Was ist es diesmal? 5F6 war das früher. Dieser Planet gehört mir. Komm, stürz ein da, du Scheiß. Die Eroberung geht weiter. Der Schwarm erobert alles. Wir schütteln uns ab. Ich habe noch einen Hydra-Listen verloren. Macht eure Frieden. Ja? Deine Königin lauscht. Das fand ich jetzt nicht so toll, aber rauslaufen ist, glaube ich, das Beste, weil von hinten und von vorne, weil hier zu kämpfen, ist scheiße, dann denke ich. Was ist es diesmal? Wir kennen keine Grenzen. Was du heute kannst besorgen? Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Weitere Uhrzeit einsatzbereit. Macht euren Frieden. Jetzt kommt, glaube ich, wieder so ein Boss-Fight. Rammhaini mit Wachwässern kann doch nichts. Ich spüre deine Stärke. Du bist es wert, getötet zu werden. Halt dein dummes Schmeidemaul, du riesiger Otto. Tausend Schnitte, Fleisch zerschneiden. Ja. Der Freis kommt dich holen. Es ist Zeit. Dieser Planet gehört mir. Der Schwarm erobert... Macht eure Frieden. Wir kennen keine Grenzen. Was du heute kannst... Breis kommt dich holen. Der Schwarm... Der was? Wir... Tausend Schnitte. Fleisch zerschneiden. Es ist Zeit. Ich bin der Schwarm. Deine Königin lauft. Brich. Der Schwarm erobert alles. Mensch. Ja. Der was? Dieser Planet. Was du? Ich werde vergessen. Ich reiß dich ins Stück. Glied für Glied. Was ist es dir? Nein. Sprich. Ja. Das war doch nicht mal so verkehrt. Ich hab doch fast alles verloren, aber... Die alte Kuh in der Ecke eingeschlemmt da. Verdammt. Ja. Wow. Verdammte Scheiße. Ich werde Vergeltung üben So, rein da Maul halten Ja 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 Ich bin der Freikopfdich holen Genau Wir passen uns an Der Schlau Außenschnitte Fleisch zerschneiden Energie Sie ist genügend Energie Wir können die Gäste Ja Es macht Orlundfried Ich bin der Schwarz 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 Es geht schon Er hat nur 200 Er hat nur 200 Der Schwarz erobert alles Ich bin nicht Sau, altes Dreckschwein Mit der ganze Armee getötet Er damit Mit deiner S.N. Sieg es auf dich auf So So Es ist Zeit Immer noch Toll 300 300 Geld Gewagt Die Eroberung geht weiter Wir passen Mein Rudel trifft ein Sie werden deine Feinde zerquetschen Der Schwarm Mengsk wird leiden Sprich Was du heute kannst besorgen Wir kennen keine Grenzen Da muss ich mal rüber Urbane Länge Ja Zecken heißen die Deine Königin lauscht Macht euren Frieden Was ist es diesmal? Diese Kreaturen Explodieren Wenn du ihnen zu nahe kommst Gewagt Der Schwarm erobert alles Ist viel zu langsam Ich werde Es ist Zeit Sprich Es ist Zeit Aber Sau hier Kämpfte mit zur Irre Vernichte ihn Schnell Was ist es diesmal? Was du heute kannst besorgen? Deine Königin lauscht Ich werde Vergeltung üben Was hat denn der Ultra da? 400 Aber der kriegt irgendwie keinen Keinen Heilungsboost ab oder? Ja Nein doch Sprich Macht euren Frieden Das ist hier wohl noch so eine Uhr Schleimding hier So ein Relikt Wir passen uns an Wir kennen keine Grenzen Der Oberum geht weiter Es ist Zeit Mengsk wird leiden Gewagt Wir sind einfach flat aus Was ist es diesmal? Dieser Planet gehört mir Ich werde Vergeltung üben Sprich Was? Ja Deine Königin lauscht Macht euren Frieden Ich werde Vergeltung üben Der Schwarm erobert alles Wir passen uns ab Die Eroberung geht weiter Die Eroberung geht weiter Es ist Zeit Es ist Zeit Ich bin der Schwarm Mengsk wird leiden Wir kennen keine Grenzen Nicht gemeldet Energie Gewagt Der Schwarm Sprich Was ist es diesmal? Sprich Was du heute kannst Ich werde Vergeltung üben Ja? Macht euren Frieden Seine Königin sagt Ich werde Vergeltung üben Ich bin der Schwarm Problem hier Es ist Zeit Wir kennen keine Grenzen Wir kennen keine Grenzen Doch klar erobert alles Was ist es diesmal? Keine Gnade Ich werde Vergeltung Deine Königin lauscht Bisschen was verloren jetzt Ich bin noch ein bisschen Ich erzähle gerade nicht so viel Aber es ist gerade Man muss halt sehr viel drücken hier gerade Und so Konzentration Dieser Planet gehört mir Die Eroberung geht weiter Das ist noch ein So ein Schleim Hat der Fakt hier in der Leer eigentlich Der Schwarm Der Schwarm Weitere Zerke meines Schulz Schließen sich dir an Aber wo ist es? Da ist ein Feuerchen Sprich Kriege ich das da oben irgendwie noch? Irgendwo was übersehen Irgendwo was übersehen Mengsk wird leiden Hier ist ja sonst nichts Hier vielleicht Ja Gewagt Wir kennen keine Grenzen Ach da sind wieder neue Gegner gespawnt Da oben Schön 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 Mengsk wird leiden Sprich Naja da hinten ist es bestimmt Naja da ist es Do is it Ich bin der Schwarm Mach doch Es ist Zeit Es ist Zeit Nicht genügend Energie Was ist es diesmal? Wir passen uns ab Was du heute kannst besorgen? Dieser Planet gehört mir Hüpft vorbei jetzt hin Alter Das muss ich jetzt sagen Wir kennen keine Grenzen Ich bin der Schwarm Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Ich bin der Schwarm Der Schwarm erobert alles Deine Königin lauscht Die Eroberung geht weiter Wollen wir mal gucken Ob es noch weiter geht Wenn jetzt die Viecher hier hochgehen Ob das Kript dann so ist Dass sie dann auch gleich wieder da steht Ja ja das scheint so Ja Willkommen auf deiner Beerdigung Krieg's auf die Fresse du alte Kuh Komm mit deinen gammeligen Viechern da Der Boden wendet sich gegen dich Oh Ai 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 Oh, es schneit draußen wieder Toll Hat ja lange nicht mehr geschneit Der Boden wendet sich gegen dich Wachst, meine Kinder, wachst Macht er die alte Hure kaputt? Scheiße So, speichern wir jetzt mal hier ab So, die explodieren dann alles, ist natürlich schlecht Ich brauche eigentlich nur weglaufen, wenn die da am Platz sind Ich glaube, das geht Die ist doch völlig drauf, die alte Nein, weg Mann, ich hab doch gedrückt schon, scheiße Aber das geht auch ohne die, denke ich Weil die sind ja langsam und so Und die explodieren ja auch super langsam und alles Einmal drauf springen und dann mit dem Rambock-Attacke Da wegrabben und dann wieder ein bisschen aufladen und so Mal gucken Solche Missionen haste ich habe ich bei Command Conquer damals schon Gehast, wenn du da so eine So eine Key-Units halt hast, die nicht sterben darf und so Ich meine aber auch, grad das ist ja das, was das ausmacht So schöne Echtzeit-Strategie und so Ich bin der Frau Der Boden wendet sich gegen dich Mehr, es muss noch mehr geben Macht eure Frieden Was ist es sieben? Was du heute kannst besorgen? Die Eroberung geht weiter Wachst, meine Kinder, wachst Ich bin der Schwarm Fahr doch weg, du alte Kuh Der Schwarm erobert alles Wachst, meine Kinder, wachst Wir haben uns ab Ich bin der Schwarm Es gibt kein Entkommen Wachst, meine Kinder, wachst Das klappt schon, das klappt schon Das klappt schon Das klappt schon Ich bin der Schwarm Der Boden wendet sich gegen dich Ja Ja Ha 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 Yeah Alle aufgesaugt Die drei Uhr Zerg-Viecher, Alter Volles Rohr aufgesaugt Und die ganzen Zellen Na, Gott, das Geheimen versteckt euch auch Ich bin der Geheimen Es ist Zeit Achso, hier Die Rudelführer sind tot Ihre Rudel schließen sich deinen Schwarm an Hier stehst du Vollkommen Du bist Zerg Deine Essenz strahlt vor Macht Ich Hungere Du wirst meine Evolution vorantreiben Ach, der Oberboss Der Oberuhrz-Zerg will uns jetzt fressen Nachdem wir da die ganzen Rudelführer vereinigt haben Aber da kriegst du erstmal ordentlich noch einen in die Schnauze, Junge Ja, diese Abadour dann wohl doch sieht auch Oh, ja Ich hab mich schon gefragt, wann du deine Absichten offenbar Ja, es ist fast jetzt wie bei Diablo dagegen Belial, glaube ich Sich selbst gegenüber Also vom Setting her Oder getötet werden Das weißt du Selbstverständlich Einer wird verschlungen Und der andere Wird mächtiger als beide Das Ist das Vermächtnis der Zeit Was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben Kämpfe, Carry them Sprich Wir Nur die Stärksten überleben Verschlingen und entwickeln Das Ist der einzige Weg Der Oberuhrz-Zweißer Das ist das Schicksal aller Urzert Scheiße Ich werde Vergeltung üben Ich mach das alleine mit dir, Junge Ich mach das alleine mit dir, Junge Was du heute kannst du sagen Heil dich doch du alte Kuh Ich hab die Knopf nicht empfunden, Scheiße Aber erstmal ist halt wichtig die Viecher so ausrichten Dass die nicht erschlagen werden Und dann ist eigentlich selbstläufer Glaube ich, hoffentlich Ich hab sie ja werden ja so schon fast alleine fast tot schlagen Also muss noch da Ja, 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 ja Come on Es ist Zeit Ja, 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 ja Ja, 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 ja Kämpfe, Carry them Ich werde Vergeltung üben Ich werde Vergeltung Nur die Stärksten überleben Verschlingen und entwickeln Das Ist der einzige Weg Das ist das Schicksal aller Urzert Es ist Zeit Ich werde Vergeltung üben Es ist Zeit Ich werde Vergeltung üben Wir kennen kein Was ist es diesmal Deine Künge im Lauf Ich führe deine an Ich werde Vergeltung Es ist Zeit Sprich Ich bin der Schwarz Spür dich Zorn des Schwarz Wir kennen keine Grenzen Oh, jetzt kriegst du den Rest alleine, der junge dummes Schwein Oh Oh Jetzt geht's auf die Fresse Lauf da, ich hab die nicht markiert, scheiß Ja Den Schicksal kann man nicht wegkommen Ich bin der Schwarz Was du kannst bekannst du so? Nein, 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 nein Niemand ist PIges Es sch stewardship Du kannst du inniere Es konnten dir Iya Ich will גично Ich meine Was ist jetzt Ja, ja, ich schaffe es. Ich bin so gut, Junge. Geil. Sehr geil, Alter. Geil. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Bäm. Ja, breit. Bäm. 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 Ja, jetzt sauge ich dich noch auf die Rübe. Platz, so muss das sein, wenn Sarah kommt. Und dich sauge ich gleich noch mit auf, ja. Nochmal 20 in Point, yeah. Ja. Ja, supergeil. Supergeil, Junge. Geil. Was ist hier los? Schließen, nein, Schwierigkeitsgrad, normal, aber ich weiß nicht, ob der 100 sinkt. Ja, auf normal, okay, aber ich hab ja auf schwer gespielt, Junge. Ja. Volles Rohr, Alter. Meine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Die Essenzen der Urzerkanführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. So, was haben wir jetzt hier? Wilde Mutationen, 50 Sekunden ablängt, äh, 50 Energie ablängt, äh, vermündete Zerkanheiten im Zielgebiet erhalten, 10 Sekunden lang plus 200 Max Trefferpunkte und ihre Angriffsgeschwindigkeit. Berstklinger, Kerriganer Scherf, 6 Berstklinger mit begrenzter Lebenszeit heilen, 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 kerriganer, tschüssig. Na, heilen, das hatte ich eben schon. Heilen ist, glaube ich, cool. Oder halt eben nochmal volles Rohr abgehen. Na, ne, was haben wir hier? Ein Zwillingsdrohnen. Drohnen werden zu sich. Du kannst eine Zweigruppe schaffen. Bösartiger Krieche, Einheiten und Strukturen erhalten eine erhöhte Lebensreinigrantation. Und dann, was ich gerne auf Krieche. Ah, mehr Gas. Ja, das ist eigentlich auch fast schon wieder egal, was man hier halt nimmt, oder? Hier hast du halt auf Krieg eine höhere IAS, also Attack Speed. Hier hast du mehr Drohnen. Ja, obwohl das wirkt halt nur auf Krieg, das ist oft... Ich glaube, ich nehme hier die Drohnen. Drohnen, ja. Was haben wir hier oben? Brötlinginfektion. Ja, hier ordentlich Punkte auf, hier dröhnt, hier. Gucken wir mal, hier zerquetschender Griff, heroische Stärke. Dann mal hier, das nehmen wir mal. Verbesserte Overloads, Zirkling, Wiedergeburt, Automatisiert Exhaustoren. Ja, oder halt hier, Automatisiert Exhaustoren und Gas ohne Drohnen ab. Ah, hat man halt mehr Army zu bleiben, wenn man das mit dem hier noch kombiniert? Ah, ne, ich mache das erstmal so. So, was hat er zu melden hier? Erzähl mir von deiner Arbeit. Ich gehe mal kurz in die Küche. Strenge, Sequenzen, verdrehen. Ja, ich mache mal kurz die Aufstopp, ich muss kurz, was geht's do? So. Was sagst du? Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch, sehe nur Potenzial. Strenge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren. Fleisch essen, Knochensplittern. Wenn in mir, kann es berühren. Verweben, nutzen, großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben. Kann nicht erreichen. Du bist nützlich. So, jetzt haben wir noch so eine Evolutionsmission für die Hydras. Aber wir hören uns erstmal das ganze Gequatsch an, damit ich noch einen Keks essen kann dabei. Hast du gewusst, dass ich der Uralte gegen mich wenden würde? Deine Essenz. Er konnte ihr nicht widerstehen. Und du hast nicht versucht, mich zu warnen. Er war zerk. Du bist zerk. Einer stirbt. Und einer wird stärker. Das weißt du. Ich fange langsam an, dich zu verstehen, DHK. Genau. Du bist stark geworden. Und hast einen weiteren Planeten eingenommen. Ich denke, das Universum wird dir gehören. Das weiß ich nicht. Aber die Zerk werden niemals wieder die Marionetten anderer sein. Nicht einmal der Xel-Naga. Wir haben uns verändert. Und jetzt warten andere Welten. So. Ja, lecker Keks. Wir machen ja hier die Hydra-Evolution. Hydralisken Gartung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerkessenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. So, schauen wir mal. Was wir aus den Hydras machen können. Planet Marek V. Schwarmcluster unter Beschuss. Skandalös. Jetzt habe ich gerade ein Pick-up mit Milch gegessen. Und jetzt gibt es noch Kinderriegel. Zur Belohnung. Die Prometheus-Kompanie. Die Versorgungsspezialisten der Liga. Wir müssen schnell handeln. Ja. Essenz nahe. Schöpfung von Overmind. Fehlerkolonie. Langsamer Angriff. Unglaublicher Schaden. Essenz einsammeln. Hydralisken anpassen. Das ist ja wie die Leckzungen aus Starcraft 1. Tiefenkolonie. Sunkens. Oder wie ich sie immer genannt habe. Leckzungen. So. Sammeln sie die Essenz der Fehlerkolonie. Ach, die kann ich nicht stellen. Leckzungen habe ich die immer genannt. Leckt unterirdisch schon das aus wie so eine spitze Zunge, die immer aus der Erde kam. Untersuche. Sequenz unvollständig. Muss übrige Pfählerkolonien vernichten. Problem hier mit meinem Imba-Mikro. Zack. Sequenz erhalten. Verwebe Pfähleressenz in Hydralisken-Geterophose. Hydralisken können nun zu Pfählern morfen. Fast schon ein Lurker, oder? Was, der Lurker hat auf dem Weg, wo der... Naja, ist halt gar nicht. Ich nutze gerade Kinderriegel. Lelelelele. Pfähler kann eingegraben angreifen. Greift einzelnes Ziel an. Zerfetzt Panzerung. Es ist gerade was aus dem Boden gekommen. Ja. Auf. Barrikade der Liga zerstört. Dieser Raketenturm kann unsere Pfähler entdecken, selbst wenn sie eingegraben sind. Schaltet ihn zuerst aus. Ja, die Lurker früher in Starcraft 1, die haben halt hier auf dem Weg, wo halt... Hier sieht man ja wohl, dieser Stachel so lang wubbelt. Und am Ende kommt er dann raus. Bei den Lurkern war halt der ganze Weg, wo der Stachel... ...halt war... Also, wo man diese Richtung da... Da kann überall Stachel raus. Splash-Damage gemacht. Sehr stark. Das ist halt eine Belagerungswaffe für Zerg jetzt. Barrikaden zerstört. Nur Basis der Prometheus-Kompanie übrig. Jaja, dann lutscht ich nochmal ein bisschen Kinderregeln und warten, bis ich alle schraubt. Terranische Truppen eliminiert. Tieren. Blosser war er Alternative Hydralisken-Metamorphose möglich. Verbleibende Schleicherbauten entdeckt. Ja, das ist cool. Mal gucken, was die anderen so machen können. Schön verwildert. Verwilderte Schleicher. Überlebende von schwarminternem Konflikt. Ich kann sie kontrollieren, aber ich kann nicht mehr von ihnen erschaffen. Schlüsselsequenz für Transformation fehlt. Benötigt Schleicherbau. Nahen Bau sichern. Essenz unter Kontrolle von Schwarm bringen. Ha. Ja, das ist wie ein Lurker, genau. Das ist wie der Lurker früher. Die verwilderten Zerg haben uns gespürt. Vergrabt euch, schnell. Das ist der Lurker aus Starkreft 1. Eingedraben viele Feinde an. Effektiv gegen leichte Einheiten. Mehr verwilderte Zerg. Grabt euch sofort ein und greift sie an. Die machen halt nur Bonus gegen Light. Aber sie machen halt Splash. Also ich glaube, Lurker ist geiler. Ziel erreicht. Brotmutter Kelyssa auf dem Weg, um Essenz zu extrahieren. Overlords unterwegs. Halt! Ich spüre, dass die verwilderten Zarge in Bewegung sind. Sie greifen von Süden aus an. Verteidig den Schleicherbau. Eine weitere Bälle. Haltet sie vom Schleicherbau fern. Ach, jetzt kommen sie von oben. Scheiße. Oh. Ich fühl hier schön. Kinderregel fressen, ja. Nein. Verbilderte Zerg bezwungen. Brotmutter bereit zur Essenzentnahme. Muss Segvenzen für Hydraliskenmetamorphose vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Morph-Sequenz von Hydralisken bereit für Integration. Erwarte Entscheidung. Ja, ist halt gegen Armort gut. Aber halt kein Splash. Ich glaube, ich nehme den. Weil Oldschool geschlossen. Ich glaube, ich glaube, wir müssen noch nach Schar reisen. Ich glaube, wir müssen noch nach Schar reisen. Um den Schwarm wieder zu vereinen, musst du Schar zurückerobern. Dein erster Gegner ist die abtrünnige Brutmutter Zagara. Sie wird dir ihre Brut nicht kampflos überlassen. Ja. Ja, cool. Machen wir aber beim nächsten Mal. Kampage. Beenden. Ja, Leute, geil. Ich habe wieder auf Schwer mich durchgeboxt, durchgekämpft. Hier. Ja, ja. Und hier. Ja, gut. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt haben wir schon 22%. 12 Missionen. Macht Spaß. Ist zwar schon nicht gerade einfach, aber... So, was haben wir denn hier? Ist denn hier so alles online hier? Ach, hier, die beiden Haaren hier. Ja, ja, ja. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal live. Was weiß ich hier streamen, what? Let's play. Abonniert, kommt mit den Liken und so. Erzählt mir, wie ihr das spielt. Wie gesagt, nicht spoilern. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.